Wie gefällt dir das jetzt, bis jetzt das Event von Thomas? Ich habe das eben schon gesagt, es ist wunderschön. Es ist natürlich sehr österreichisch, wienerisch oder österreichisch, I don't know. Ich kenne eigentlich nur Wien von Österreich und bin ein großer Fan, bekanntermaßen mittlerweile. Und das ist natürlich etwas, was die Deutschen versuchen jetzt auch zu machen. Sie kriegen es aber nicht hin. Ja, also dass diese Night and White oder so ein Sommernachtsball und die jungen Leute, die das auch mitmachen, das ist eben traditionell und das finde ich das Schöne in Österreich, dass es eben nicht spießig ist.